Hi, ich bin Alex und wir spielen jetzt eine Runde ab Schlotchtag. Super, dann können wir loslegen. Erster Satz ist, mein Lieblingsfußballer als Kind war? Mein Lieblingsfußballer als Kind war ganz klar Oliver Kahn. Immer noch mein Idol und wird sich auch nichts dran ändern. Das geilste Stadion Europas steht in? Boah, schwieriger Prager. Camp Nou. Wasser. Wenn am Mannschaftsabend die Neuzugänge singen müssen, dann singe ich? Andreas Borani auf uns. Zum ersten Mal meine kleine Tochter im Abend zu halten war? Schönste Gefühl auf dieser Welt. In die Torwarthandschuhe zu spucken, finde ich? Normal. Die Rückennummer 30 trage ich, weil? Das ist meine erste Profi-Nummer in Hamburg. Der aktuell beste Deutschrapper ist? 187, die Band. Wenn ich eine Sportart so gar nicht kann, dann ist es? Turnen. Die WhatsApp-Gruppe mit meinen besten Kumpels heißt? Bro-Gruppe. Wenn ich mir einen Gast für meinen Livestream auf Twitch wünschen dürfte, dann wäre es? Elie Geller. Mein Hassfach in der Schule war? Kunst. Wenn eines in meinem Kühlschrank nicht fehlen darf, dann ist es? Empowered. Das beste Fußballspiel, das ich je gesehen habe, war? Viele. Weiß ich nicht weiter. Es waren zu viele. Bei FIFA 22 zocke ich am liebsten mit? Mir selber. Im neuen FIFA erwarte ich für meine Karte einen Gesamtwert von? 70. Einen neuen Haarschnitt bräuchte von meinen Teamkollegen am dringendsten. Lass ich unkommentiert. Der prominenteste Kontakt in meinem Telefonbuch ist? Marius Büther. Mein Trikot tauschen würde ich gern mal mit. Christiano Ronaldo. Das war's schon. Wenn euch das jetzt gefallen hat, lasst gerne umsonst ein Follow da. Und auch gerne einen umsonst. Das war kacke. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert, was euch gefallen hat. Und lasst ein Abo da.